So einen Pokéball hast du noch nicht gesehen. Der neue Gegenstand ist eine echte Meerjungfrau. Wow, die Pokémon sind begeistert von ihrem neuen Kollegen. Ariel sieht wirklich bezaubernd aus. Wie kann man eine Meeresprinzessin nicht adaptieren? Aber nur eine Person wird sie bekommen und es wäre... Junger Mann am Ende der Halle, komm auf die Bühne. Macht Platz für den Sieger. Es sieht so aus, als hätte Ross heute Abend einen tollen Fang gemacht. Pichu findet, dass die Jury nicht fair ist. Ross verdient es, nur getwitten zu werden. Ash, wie hast du es geschafft, rechtzeitig hier zu sein, um die Papiere zu unterschreiben? Du würdest Pichu doch nicht einen neuen Freund verweigern, oder? Es sieht so aus, als hätte die Jury nichts von Ross' Ruf gewusst. Der Deal ist geplatzt. Du solltest keine Pokémon mehr kreuzen. Ariel ist jetzt Teil des Teams. Eure Hoheit, das ist euer neues Zuhause. Fühl dich wie ein Fisch im Wasser. Pichu kann es kaum erwarten, mit ihrem neuen Freund zu spielen. Warte einen Moment. Das ist Ashs Sammlung. Wie viele Pokémon sind es? Endlich kann Ariel es sich von außen ansehen. Oh nein, ich glaube, das ist der Pokéball von Pichu. Ariel hätte ihn nicht aufheben sollen. Es sieht so aus, als hätte Pichu nicht vorgehabt, Verstecken zu spielen. Sie ist sehr unglücklich über diese Wendung. Und was macht Ash? Ich glaube, er ist süchtig. Und dem Bild nach zu urteilen, ist er nicht der Einzige. Mit dem neuen Gast kamen auch Umstrukturierungen. Es scheint, als könnten wir Sushi jetzt vergessen. Wie sollen wir jetzt leben? Ariel denkt auch an die Annehmlichkeiten. Den Fischen scheint das Aquarium sehr zu gefallen. Vielleicht kann Ash es so einrichten, dass sie auch unter Wasser ist. Ja, unter Wasser? Ash, du hast das ganz falsch verstanden. Wie konntest du nur an so etwas denken? Ich werde es wieder gut machen. Wie respektlos gegenüber der Prinzessin. Überraschung, jetzt habe ich dich. Er scheint nie über seinen Verlust hinwegzukommen. Was für ein Schurke. Aber Ariel wird nicht zu ihm zurückkehren. Dann wird sich Ross mit einem anderen Souvenir begnügen. Ash, Hilfe! Der Trainer hat es mit dem maritimen Thema ein bisschen übertrieben. Die arme Ariel hat es versucht, aber sie konnte Pikachu nicht vor Ross retten. Ich hoffe, sie wird wieder gesund. Wer weiß, warum Ross das kleine Pikachu haben will? Ich denke, es ist an der Zeit, Verstärkung zu rufen. Pikachu, ich wähle dich. Und was ist überhaupt passiert, um sie vom Ketchup-Essen abzulenken? Wir müssen ihr alles erzählen. Pikachu, Pikachu, warum sind alle so traurig? Es wird schwer sein, ihr zu sagen, dass sie vermisst wird. Die Sicherungen von Pikachu sind durchgebrannt. Es ist wieder Ross. Hey, wo ist denn das alles hin? Den Fernseher kaputt zu machen, um ihn zu reparieren, ist keine gute Idee, Snorlax. Du solltest etwas tun, worin du gut bist. Wer hat dieses Mal Pech? Erdbeere, Snorlax liebt sie. Hat der Fernseher funktioniert? Sieht aus, als ob jemand in ernsten Schwierigkeiten steckt. Wenn du weiterhin Kröpfen essen willst, musst du mitmachen. Aber das wird den Fernseher nicht zum Laufen bringen. Pikachu ist eine erstklassige Elektrikerin. Sie schafft es im Handumdrehen. Schau, es funktioniert. Ich glaube, Pika hat gefunden, was sie brauchte. Da sind Ross und Pikachu auf Kameraaufnahmen. Was für ein Schlingel. Ross sollte besser nicht von Pikachu gesehen werden. Sieh mal, er will uns nur verarschen. Da ist das Bild schon wieder. Jetzt, wo Pikachu weiß, wo sie hingeht, kann man sie nicht mehr aufhalten. Pikachu, beruhige dich, du musst dich beruhigen. Snorlax ist ein Ideengeber. Ich glaube, dieser Fall ist wie geschaffen für Detective B-Drill. Pikachu hat seinen Glauben an den Erfolg erneuert. Hast du vergessen, wie man kaut? Pikachu, du solltest dich beeilen. Rapidash kümmert sich in Ross' Abwesenheit um sein Labor. Schau, was ich habe. Ross' Knie werden Pikachus hinterhältige Schläge nicht vergessen. Aber es scheint, dass Pikachu das fehlende Element in ihrem hinterhältigen Plan war. Pikachu gibt niemals auf. Mal sehen, wie du dich nach dem Experiment schlägst. Er will die Wissenschaft nutzen, um das Pikachu in ein böses Pikachu zu verwandeln. Nichts scheint die zwei Schurken aufhalten zu können. Das gute Gehen durch das Böse zu ersetzen. Ross ist so aufgeregt. Endlich hat er mal Erfolg bei etwas. Alle Generatoren und Stromkreise scheinen auf Hochtouren zu laufen. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Es klappt. Das ist unglaublich. Sieht so aus, als wären wir nur eine Stunde von der Umwandlung entfernt. Kann Ross wirklich damit durchkommen? Lasst uns zurück zu Ash's Wohnung gehen, Pikachu juckt es. Sie sind genauso bestürzt über Pikachus Verschwinden. Ash versucht ihr Thema zu beruhigen. Hier wird mit Sicherheit der Akku ausgehen. Ariel hofft, dass sie wenigstens etwas Hilfe von den Fischen bekommt. Vielleicht wissen sie, wo Ross untergetaucht ist. Vielleicht stecken sie mit Ross unter einer Decke. Gibt es überhaupt keine Hoffnung mehr? Pikachu weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll. Ariel versucht, sie mit einer sanften Brise zu beruhigen. Was? Wo kommen all diese Bienen her? Detective Beedrill hat ihre Nachricht gelesen. Aber wo ist der Autor? Ja, in der Tat. Die Detektivin kommt gerade noch rechtzeitig. Jeder hat ihr etwas zu sagen. Aber am wichtigsten ist, dass sie nach einem vermissten Pokémon suchen. Na also, Beedrill übernimmt den Fall. Zuerst müssen wir den Tatort durchsuchen. Der einzige Hinweis ist bisher der fehlende Pikachu-Hut. Vor Beedrills Augen gibt es nichts zu verbergen. Ketchup, es ist die zweite Spur. Jemand hat auf der Couch gegessen. Wow, es ist ja Honig. Der Vorstoß ist abgeschlossen. Beedrill liebt Honig. Die Beweise sind zerstört. Aber es ist nicht der Bösewicht. Wir müssen den Tatort abriegeln, falls es noch mehr leckere Beweise gibt. Das Team will wissen, ob sie etwas herausfinden konnte. Der Detektiv scheint die Spur bereits aufgenommen zu haben. Das sind ziemlich verdächtige Hufbollen. Was? Sie hätten das Aussehen des Pferdes bemerkt. Der Geist eines wahren Detektivs muss kalt sein. Wir müssen die gesamte Verbrecher-Datenbank überprüfen. Das ist definitiv Rapidash. Sie können nicht glauben, dass Rapidash mit Ross zusammen ist. Ich glaube, wir stehen vor einem großen Showdown. Ash, was ist mit deinem Team passiert? Ariel, hast du Pikachu gesehen? Da ist sie. Jetzt versteck dich. Ariel, du wirst die Tarnung auffliegen lassen. Wenn Beedrill recht hatte, sind sie gleich um die Ecke. Gerade noch rechtzeitig, Detektiv. Das ist die Komplizin. Was macht sie hier? Wow, ich würde nicht das Ziel sein wollen. Pikachu kann es kaum erwarten, sich zu rächen. Aber wir dürfen es nicht überstürzen. Das erfordert Trickserei. Rapidash scheint nichts zu merken. Was? Ein Apfel? Du kannst ihn als Abschiedsessen betrachten. Das Team hat Pikachu noch nie in so einer Stimmung gesehen. Einschlag war also doch nicht genug. Aber Pikachu hat nicht die Absicht, sich zurückzuziehen. Rapidash hat jetzt ein bewegliches Ziel. Heute werden Feuer und Blitz aufeinander prallen. Pikachu lädt den stärksten Blitzball auf. Rapidash schafft es, ihn zu blockieren. Pikachu ist bereit, das gehörnte Pokémon zu zähmen. Toho, Toho! Oh oh, das hätte Pikachu besser nicht getan. Rapidash nimmt eine extreme Ladung. Der Bienenstock wird seine Königin beschützen. Das ist Pech. Ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Bienen, sonst bekommst du Ärger. Ups. Puh, das ist ein toller Hut. Rapidash ist im Moment nicht in der Stimmung für Witze. Ariel wird das Feuer Pokémon im Handumdrehen abkühlen. Ja, ja, mehr Jungfrauen haben auch super Kräfte. Beedrill, vergiss nicht, deine Kolonie abzuholen. Es hat dich heute ziemlich schlimm erwischt, Rapidash. Das Team Ash hat heute einen Lauf. Stimmt's, Pikachu? Rapidash würde nicht so schnell vorallige Schlüsse ziehen. Ihr Freund hat nur noch zehn Minuten zu leben. Macht Ross wirklich aus jedem, mit dem er zu tun hat, einen Schurken? Ihnen läuft die Zeit davon. Rapidash hat es geschafft, zu entkommen. Jetzt müssen sie sich zusammenreißen, um Pichu zu retten. Ins Labor von Ross. Wo hält der Pikachu? Gerade jetzt könnte Detective Beedrill nützlich sein. Ich glaube, Pikachu hat etwas gefunden. Schau, vielleicht ist sie da drin. Ash, sieh mal nach. Ariel kann es kaum erwarten, ihre Freundin zu befreien. Oh nein, Wasser leitet den Strom zu gut. Ariel muss beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Sieht so aus, als müsste Ash die Sache selbst in die Hand nehmen. Beeil dich, es klingt schmerzhaft. Ash würde kurz über in die Wand laufen, um Pikachu. Pikachu zu retten. Unser Team wurde verletzt, ohne überhaupt ins Labor zu gehen. Pikachu hat genug Verluste erlitten. Pikachus Schicksal liegt jetzt in ihren Händen. Ash, komm runter. Versuch sie zu öffnen und sieh nach, ob sie sich rührt. Geh aus dem Weg. Pikachu wird dir zeigen, wie es geht. Jemand zu Hause? Warte, vielleicht haben sie einen Schlüssel unter der Matte vergessen. Oh Ross, das nächste Mal solltest du es vielleicht besser verstecken. Es sieht so aus, als ob das ganze Team wieder auf dem richtigen Weg ist. Pikachu, beeil dich und öffne die Tür. Sei nicht nervös, du kannst es schaffen. Warten ist die schlimmste Art der Folter. Ross hat sich als ziemlich anstrengend erwiesen. Pikachu, tu es für Pikachu. Das Team beschloss sich vor dem Kampf aufzuwärmen. Lass dich nicht ablenken, Ariel. Wie viele Schlüssel hat Ross? Nur noch einen. Juhu, Pikachu, du hast es geschafft. Hey, wach auf. Du hast Pikachu zu retten. Wie lange müssen wir noch auf dich warten? Geh ins Labor. Das Team ist in die Höhle des Bösewichts eingedrungen. Ich frage mich, wo er ihr kleines Mädchen versteckt. Da ist sie. Die Mädchen sind endlich wieder zusammen. Weder Ross noch der Ballon werden sich zwischen sie stellen. Ariel hat Pikachu auch vermisst. Pika, Pikachu, sei vorsichtig. Ross ist direkt hinter dir. Es war seine Falle. Pikachu war nur ein Lockvogel. Die Mädchen sind so aufgeregt darüber, sich zu sehen, dass sie ihre Bedrohung gar nicht bemerken. Oh nein. Ross ist bereit, seiner Sammlung weitere Pokémon hinzuzufügen. Pikachu, dreh dich um. Ross ist hinter dir. Jetzt ist es Zeit, in die andere Richtung zu laufen, Pikachu. Ross hat nicht gewartet, bis die Mädchen zu Ende gespielt haben. Nicht schon wieder. Es ist noch nicht an der Zeit, aufzugeben. Ash teilt einen Plan mit der Meerjungfrau und sie ist bereit, ihn zu unterstützen. Zeig, was du kannst. Du kannst Ross nicht mit Blasen aufhalten. Der Inkubator ist bereits überladen. Nur ein Wunder kann sie vor dem Scheitern bewahren. Es ist an der Zeit, dass die Herrin des Wassers ihre wahre Macht zeigt. Der Schrecken der Meere und Ozeane, die Meerjungfrau Ariel. Dieser Tsunami ist für dich, Ross. Halte den Atem an. Sieht aus, als wäre dein Plan in die Hose gegangen. Ariel, du hast es geschafft. Hat dir Mama nicht gesagt, dass du mit nassen Händen nicht in die Nähe einer Steckdose gehen sollst? Die Pokémon sind wieder sicher. Wer sind sie? Was für ein freudiges Wiedersehen. Ash, hast du einen Aquapark ausgeraubt? Ashs Team ist wieder zusammen. Und Ariel scheint genau zu den Pokémon zu passen. Oder was? Ja, wir sind cool. Oh, ich muss los. Hey, wo willst du hin? Gehst du weg? Neptun hat ein wichtiges Treffen. Das war's. Ich bin fertig. Vermiss mich nicht zu sehr, Süße. Papa ging weg, um etwas zu erledigen. Also fand Ariel eine interessante Unterhaltung. Braves Mädchen. Wow. Was für ein schöner Anhänger. Es war einmal ein hübscher Ross, der ihn einem anderen Mädchen schenkte. Aber sie wusste das Geschenk nicht zu schätzen und warf es ins Meer. Die Meerjungfrau chillte in diesem Moment in der Nähe unter Wasser. Sie untersuchte das Geschenk und beschloss es für sich zu behalten. Keine große Sache. Prince Ross war nicht sehr verärgert darüber, dass er nicht das Richtige gewählt hatte. Der hübsche Kerl starrte in die Tiefen des Meeres, aus denen ihn die Meerjungfrau ansah. Es ist so traurig, dass er sie nicht bemerkt hat. Aber Ariel verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Oh, diese Träume sind so süß. Oh, er ist so unglaublich. Und so wohlerzogen. Was ist das? Die Meerjungfrau hat ein Paket bestellt, mit dem sie einen Fischschwanz in Beine verwandeln kann. Eine Muschel? Ist das dein Ernst? Aber es muss noch etwas anderes in der Kiste sein. Okay, es ist klar. Sie muss noch etwas Wasser hinzufügen. Ariel hat damit kein Problem. Eine Bewegung und es ist erledigt. Die Unterwasserprinzessin möchte so gerne ein normales Mädchen werden. Warte einen Moment. Und was ist da? Huch, Glühspeine von Hagiwagi. Nein, das ist nicht das, was sie wirklich braucht. Okay. Der Versuch Nummer zwei und... Schauen wir mal. Komm schon, Ariel ist nicht Kissy Missy. Das ist es nicht, was sie braucht. Okay. Der dritte Versuch sollte erfolgreicher sein. Wow, diese Beine sind wunderbar. Sie muss sich noch an sie gewöhnen. Arme Sting, geht es dir gut? Im Austausch für ihre Magie will Ursula Ariels Stimme bekommen. Die naive Meerjungfrau stimmte dem Deal zu. Jetzt gehört der Hexe ihre Stimme. Das ist schrecklich. Und es ist an der Zeit, den Kerl dazu bringen, sich zu verlieben. Du könntest deinen Schwamm am College treffen. Vergiss deinen Rucksack nicht. Tschüss, tschüss. Oh, sie ist so böse. Der gutaussehende Ross ist ein College-Star. Ariel, hast du vergessen, dass du keine Stimme mehr hast? Oh, vielleicht hilft ein Megafon. Blablabla im stillen Modus. All ihre Bemühungen sind sinnlos. Was soll sie tun? Oh, es scheint, als hätte Rossi bemerkt. Die Meerjungfrau versucht, ihrem Schwamm zu sagen, dass sie verliebt ist. Bitte ihre Botschaft verstehen. Hey, lass uns Charade spielen. Mach schon. Ich. 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 Ja, ich hab's. Ich kaufe dich. Nein, er hat nichts verstanden. Vergiss es. Und wir machen weiter. Ursula benutzt oft Ariels Stimme. Sie singt den ganzen Tag lang Karaoke. Nein, die Meerjungfrau ist ein schlechter Partner in einem Gesangsduett. Das arme Ding beschwert sich, dass sie niemand mehr versteht. Aber wenn die Hexe ihre Stimme zurückgibt, bekommt sie auch ihre Beine zurück. Hm. Hm. Ich habe eine Idee. Schau mal. Hahaha. Ganz genau. Ursula hat die Meerjungfrau auf eine Schminkidee gebracht. Aber kann sie ihr vertrauen? Hahaha. Wahrscheinlich nicht. Äh. Äh. Währenddessen hat Ariel die Stylisten um Hilfe gebeten. Hahaha. Pfff. Ist das wirklich ein Modetrend? Wow. Es sieht aus wie auf dem Bild. Darf ich vorstellen? Yes. Supermodel Ariel. Das war's. Sie ist bereit, Ross zu treffen. Was hat Ursula vor? Haha. Es ist sicher nichts Schönes. Und die Meerjungfrau ging aufs College. Sieh dir das an. Ihr Schwarm steht unter dem Baum und es ist sinnlos, ihn anzusprechen. Ahem. Wessen Zauberspruch ist das? Wow. Das ist die knifflige Ursula. Hallo. Erst hat sie der Meerjungfrau die Stimme genommen und jetzt will sie ihr auch noch Ross wegnehmen. Ariel hätte nicht zu viel Zeit für dieses Make-up aufwenden sollen. Was sie im Gesicht hat, ist laut der Zeitschrift Trumpolitan ein Reihenfall. Haha. Sie sieht ihr an. Die Hexe ließ die Prinzessin lächerlich aussehen und nahm ihr die Schönheit. Sie muss etwas dagegen tun. Aber für den Anfang ist es besser, wenn du dein Gesicht wäschst, Süße. Sieht so viel besser aus. Es ist an der Zeit, diesem Paar zu folgen. Übrigens, sie haben ein Date in einem Café. Oh, die Meerjungfrau hat herausgefunden, wie sie Ursula und Ross ausspionieren kann. Was ist denn da los? Ariel lenkte die Kellnerin ab und beschloss sie für eine Weile zu ersetzen. Nun ist es Zeit zu bestellen. Es sieht so aus, als hätte Ursula die Meerjungfrau erkannt. Die Verkleidung hat nicht geholfen. Hey, Ross hörst du mir zu? Die Hexe beschloss ein paar Meeresfrüchte zu bestellen, um Ariel zu ärgern. Fangen wir also mit dem Lachs an. Oh nein, Ariel zittert förmlich vor Wut. Und die Hummer bitte. Und ich möchte auch die Krabben. Und vergiss die zweiten Vorspeisen nicht. Okay, kannst du schon aufhören? Wow, das kalte Wasser holte Ross in die Realität zurück. Klack! Und Ursula hat ihn wieder in ihren Bann gezogen. Mach dir keine Sorgen mehr, Jungfrau. Wenigstens weißt du jetzt, dass er in ihren Bann gezogen wurde. Aber wie wird man die böse Magie wieder los? Sei vorsichtig! Hey! Ich habe etwas für dich! Einen Dollar! Wow, das ist ein ganzes Dollar Stück! Aber nein, Ariel ist nicht interessiert. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Okay, wie wäre es mit einer originellen romantischen Postkarte? Toll! Das ist es, was sie braucht! Viel Glück! Wechsle nicht! Ursula hat die Aufmerksamkeit von Ross voll und ganz auf sich gezogen. Es ist okay, jetzt wird ihn das Liebesflugzeug zu Vernunft bringen. Ups, die Hexe hat den Geheimflug unterbrochen. Es ist ein magisches Papier. Es ist gar nicht so einfach, es wieder loszuwerden. Und ein weiterer Flug der Liebe geht los. Sorry, aber das Flugzeug ist abgestürzt. Das ist genial! Sie muss die Hexe ablenken! Okay, lass uns fliegen! Puh! Und sie hat wieder versagt! Die Meerjungfrau schaffte es nicht, den Bann, der auf ihrem Schwarm lag, zu lösen. Aber sie wird nicht aufgeben! Sie liebt Ross so sehr! Bumm! Das war unerwartet! Das ist unglaublich! Der Typ ist zur Vernunft gekommen und hat erkannt, wer seine wahre Bestimmung ist! Liebste mich? Wirklich? Nun, natürlich gibt es einen romantischen Kuss! Und hier kommt wieder Ursula! Oh nein! Sie hat sie eingefroren! Die Liebenden sind nun die Geiseln einer verrückten Hexe! Oh, ihr Vater Neptun ist zurück! Was machst du denn hier? Ja, endlich ist Ursula besiegt! Okay, aber was sollen sie mit dieser schicksalhaften Kiste machen? Sie müssen es zurückgeben! Super! Schöner Schuss! Oh, der strenge Vater schaut zu! Ups! Der Schwarm hat gemerkt, dass Ariel eine Meerjungfrau ist! Aber kann sie einer echten Liebe im Weg stehen? Aber das einzige Italienische, das Gary hat, ist Pasta! Und irgendeine Wolle, um zu beweisen, dass er für immer treu sein wird! Jeder bringt seine eigenen Opfer um der Liebe willen! Was ist das? Eine Allergie gegen Wolle? Gary liebt das Ergebnis! Litz wird sich immer an dieses Geschenk erinnern! Was? Hey, geh weg! Die Vampire sind unsterblich, aber das macht den Spind nicht weicher! Oh, sie hatte eine Vision von Lins und Gary zusammen! Riley wird das nicht zulassen! Gary hat all seinen Mut in einem Karton gesammelt und jetzt ist er bereit, sich seinem Schicksal zu stellen! Bist du jetzt ein Lieferjunge? Was hast du da? Oh, Gary hat die Lehrerin völlig vergessen! Hm... Frau Adams ist neugierig, aber Gary zeigt, dass sie hier das dritte Rad am Wagen ist! Aha! Lass uns eine Pause machen! Der Moment der Wahrheit! Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden! Sie ist eine Prinzessin und er ist ein Landstreicher! Nun okay, jeder liebt Geschenke! Riley hat auch eins für unseren Romeo! Vollmond, das ist so romantisch! Oh oh, jetzt wird Gary anders aussehen! Zeit zu wenn! Sie sind so seltsam! Okay, noch ein Glas? Gary dachte wohl, der Test sei ein Toast! Aber er hat trotzdem nicht die niedrigste Punktzahl erreicht! Was? Das ist nicht meins! Riley ist schockiert von dieser Dreistigkeit und sie hat noch nicht gesehen, was sie bekommen hat! Eine 6? Das muss ein Fehler sein, nicht wahr? Anhänger? Mrs. Adams liebt Schmuck! Cartier wird jeden hypnotisieren, auch ohne Vampirtalente! Es fehlen buchstäblich zwei Zeilen! So ist es besser! Hey, wach auf! Linz hat eine Eins bekommen, wie immer! Je mehr Karat, desto mehr richtige Antworten! Und diese Arbeit wird Frau Adams für sich behalten! Kein Schüler, aber ein echter Schatz! Noch ein paar Tests und sie kauft sich eine Villa auf Hawaii! Die besten Träume hat man im Schlaf und die Schüler werden sich einen Film ansehen! Sie lieben solche Lektionen! Sie können sich die True Food Videos ewig anschauen! In 3D ist es immer besser! Und natürlich mit Käse-Popcorn! Es macht mehr Freude, weil man es teilt, besonders wenn es nach Käse schmeckt! Guten Appetit! Armer Gary, er ist nervös! Hier ist die Schönheit und das Essen! Wir tauschen die Plätze, Streber! Hallo Linz! Gary wusste nicht, dass Jim dort wegen seiner Seekraft saß, nicht wegen des Popcorns! Aber es sind zwei in einem! Tut mir leid, Jim! Gary bekommt endlich die Leckereien, nicht die Schläge! Er ist auf Wolke 7! Der Vampir mag dieses Pärchen nicht, sie kleben aneinander wie Spuckknöpfe! Runter auf den Boden, Prinzessin! Wir wurden angegriffen! Wow! Es ist die Flugbahn! Der Papierboomerang kehrt zu seinem Besitzer zurück, aber nicht lange! Frau Adams liebt diese Genauigkeit und wechselt den Sender! Oh nein, Wölfchen, die Natur scheint zu rufen! Das zweite Mal an einem Tag, dieses Mal läuft Gary nicht weg! Die Verwandlung hat bereits begonnen! Du kannst deinen Schwanz nicht in einer Tüte verstecken! Hey, wachse nach! Schon wieder ein neues Video! Es hat geklappt! Der Schwanz ist verschwunden! Es sieht so aus, als wärst du unter einem guten Stern geboren, Gary! Riley wird nicht ruhen, bis die beiden nicht mehr zusammensitzen! Der Albtraum aller Werwölfe wird ihr dabei helfen! Die bösen Flöhe! Oh, ich bin tollpattig! Die Flohbande zieht in die Schlacht! Unser pelziger Freund sollte besser sein Halsband anlassen! Sein Körper brennt, als hätte er Silber berührt! Tragen diese Flöhe die Hufeisen? Er ist schön wieder weggelaufen! Er hat offensichtlich ein paar Probleme! Aber eine gigareiche Meerjungfrau hat doch gar keine! Sie hat immer frisches Popcorn dabei! Der letzte Tag vor dem Verfallsdatum! Hm, eine Delikatesse! Sieht aus wie ein Gericht, das in den besten Restaurants serviert wird! Oder eher in deren Nähe! Wie geht, wie kann man das essen? Was hast du denn? Der Granatapfelsaft ist ein Gourmetgetränk! Jedem das seine! Der gigareichen Linz ist das egal! Ihr Mittagessen sind ein paar frisch gepflückte tropische Früchte! Das heißt, dass einige von ihnen nicht einmal mehr im roten Buch stehen! Die japanischen Erdbeeren, die im Schutzgebiet gezüchtet werden! So lecker! Etwas überdeckt den Geruch von Hundefutter und Müll! Das ist Linz! Okay, sei ein Gentleman! Das Gesicht ist sauber! Und der Atem? Gary, du bist dran! Eine Meerjungfrau ist immer bereit, alles zu teilen, was sie hat! Ein Hund verweigert nie mehr Futter! Riley wird jeden vernichten, der ihr Mittagessen ruiniert! Besonders ein arroganter Hund! Beim dritten Versuch sollte der Mond Trick klappen! Ja! Gary verwandelt sich in eine Bestie! Linz weiß gar nicht, was er denken soll! Er war ganz normal! Riley sagt, sie sollte sich besser von ihm fernhalten! Ein heimtückischer Vampir wird alles tun, um sie voneinander zu trennen! Hm... So, so, so reicher Bluttrinker! Du bist aufgeflogen! Ich habe eine Überraschung für dich! Was? Nicht dein Duft? Riley scheint in Schwierigkeiten zu stecken! Aber das ist ihr Problem! Moment mal! Nur die Werwölfe können die Vampire erschrecken und bleiben ungestraft! Das ist ja furchtbar! Sie müssen überprüfen, ob Gary einen Impfpass hat! Ein Held mit einem Reißzahn, der braucht keine Belohnung! Riley mag keine Schulden, also wird sie dem armen Gary bei seinem Schwarm helfen! Es ist eine extreme Verwandlung vom Flittchen zum Wolf! Gary kann sich nicht erinnern, wann er eingeladen wurde, auf dem Stuhl zu sitzen und nicht rausgeschmissen wurde! Mit dieser Frisur kann man keine schöne Frau treffen! Wir brauchen ein ernsthaftes Werkzeug! Vergessen wir nicht hinter dem Ohr zu schneiden! Der letzte Schliff, damit sich sein Schwarm verliebt! Ein Anzug! Gary sieht jetzt wie ein Mensch aus dem Werwolf gefällt das nicht! Er steht ihm wirklich gut in das Tüpfelchen auf dem I! Er riecht so gut! Gary kann sich nicht wiedererkennen, hoffentlich weiß Riley, was sie tut! Was ist das denn? Eine Einladung mit ihren Lieblings-Edelsteinen? So einen kann man nicht warten lassen! Komm schon, Gary! Das ist deine Chance! Nicht meckern Sie mal, Litz scheint hier zu sein! Riley muss dafür sorgen, dass alles nach ihrem Plan läuft! Mach es nicht kaputt, Gary! Was für ein süßer kleiner Reißzahn! Lynn sieht perfekt aus wie immer! Heute ist definitiv ein glücklicher Tag! Er hat zweimal in einem Ledersessel gesessen! Gary ist es Zeit, auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren! Der Hebel ist direkt unter dir! Wenn sie keine Hinweise bekommen, dann scheint Gary nicht zu wissen, was Hinweise überhaupt sind! Aber der Zauber der Liebe wird alles tun! Die Stunde hat geschlagen! Wer hat diese Uhr hergebracht? Nicht jetzt! Nicht hier! Der tierische Instinkt will nicht warten! Hoffentlich wird Lins nicht verletzt! Ein schreckliches Heulen, das sich in einen Ultraschall verwandelt, geht durch die Flure des Colleges! Tausende von Hertz! Woher kommt es? Der Unterricht scheint vorbei zu sein! Haben Sie Karaoke für die Schule bekommen? Schau! Das ohrenbetäubende Duett eines Wolfes und einer Meerjungfrau! Haha! Oh oh! Gut, dass Riley da ist! Jetzt wird niemand die musikalische Idylle stören! Hättest du gedacht, dass die Armen, die Reichen und die Giga-Reichen im College Freundschaft schließen würden? Vergiss nicht zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit du später nicht den Mund anheulst! Bis zum nächsten Mal!